Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Minecraft MegaRash Mit dabei ist der Vielfalt Aaaaaaah Kack Mom Go Und ja, ähm Was kann man euch sagen? Ja, wir haben heute einen Aufnahme-Fail gemacht Deshalb sind wir schon in der Runde Und ja, und hier ist alles abgebaut und Punkt, Punkt, Punkt Der Typ hat TNT in der Hand Ja, es gibt mir meine Sachen wieder Achso, okay Nein, nein, warte, warte, warte Wo da? Geine Apfel Und zack, äh Hab ich MegaRash gesagt? Nein, wir spielen Normales Rush Geh mal weg von dem Builder Der brauche ich Ähm, ja Ähm, ja Das mach ich eh dann mit Speed Up Mhm Obwohl, dann hört man uns gar nicht mehr Mit Speed Up Hä, was macht? Oh, da Der Typ Warum hast du den Weg hinter uns abgebaut? Äh, das war der Typ da Achso Ich kauf dir mal Blöcke Ich kauf mir erstmal Röst dann Ja, ha, gay Kommt der Typ wieder, ey Ähm Mhm Ich ihn einfach nicht treffe Sag der, der… Nee Der F3 benutzt Ja, der Spruch ist passiert, Fabian Ja, der ist alt Der Spruch ist alt. Du weißt, dass er alt ist. Du wolltest einen Sky-Bahn geschrieben. Komm, Minekraft. Das interessiert doch niemanden. Bin Minekraft. So, jetzt hab ich ihn gedisst. Pech gehabt. Junge, wieso bohrt der Typ in meinen runter? Melde dich. So, jetzt hab ich dem Angst gemacht. Der will dir ein paar Tode machen. Damit du nichts mehr so gut bist. Das ist ein Typ, der von mir engagiert wurde. Dich zu töten. Ach so. Mhm. Der heißt dann echt Villager.2.1. Also das ist ein Computer eigentlich. Mine, Garmin. Ähm, ich hörte die Minute, äh, die Aufnahme würde einfach nur so 5 Minuten, weil wir voll die Babos sind. Oh. Oh, da liegen ja Sachen. Äh, gib mir die Spitzhocke. Ich brauch ne Spitzhocke. Oh jo, ne Spitzhocke. Äh, komm, lass den Block einfach rushen. Block rushen. Aber die haben den eingebaut und... Aber schlecht. Oh, das... Ja, okay, stimmt auch wieder. Okay, wir haben die. Wie skillst du? Oh, nee, es leckt ein bisschen. Deine Typ hat kein Schwert. Es leckt, obwohl ich alles auch auf-runter gemacht habe. Okay, die Aufnahme ist vorbei und... Und hehehehe. Und hehehe. Und hehehe. Was? Und ja. Ich mach wieder... Das Zeugst alleine. Und ja, ciao. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Und... Jetzt komm ich die...